Hallo und herzlich willkommen zum Tutorial VPN-Einrichtung unter Linux am Beispiel von Ubuntu 20.04. Zunächst müssen Sie ein Paket für Linux installieren. Öffnen Sie das Terminal. Geben Sie den Befehl zum Installieren des Pakets Network Manager Open Connect für GNOME ein. Bei anderen Linux-Distributionen kann der Name abweichen. Bestätigen Sie die darauffolgende Abfrage. Öffnen Sie die Einstellungen. Gehen Sie auf Netzwerk. Klicken Sie auf das Plus für VPN hinzufügen. Wählen Sie Multiprotokoll VPN Client Open Connect. Geben Sie der Verbindung einen passenden Namen wie TU Berlin. Geben Sie als Gateway vpn.tu-berlin.de ein. Danach bestätigen Sie mit Hinzufügen. Nun können Sie die VPN-Verbindung jederzeit aktivieren. Wählen Sie eines der beiden VPN-Profile aus. Beim Standard-VPN-Profil Split läuft der Datenverkehr zu Diensten der TU Berlin über die VPN-Verbindung. Um externe Dienste nutzen zu können, wie zum Beispiel Verlagseiten für einen E-Book-Zugriff, benötigen Sie das VPN-Profil full. Eine ausführliche Erläuterung der VPN-Profile finden Sie hier. Sie können Ihre Wahl später ändern, ohne die VPN-Verbindung erneut einrichten zu müssen. Melden Sie sich mit Ihrem TU-B-Account an. Sie sind jetzt mit dem VPN-Netz der TU Berlin verbunden. Sie können die Verbindung jederzeit trennen, bei Bedarf das VPN-Profil ändern und sich neu verbinden. Sie können die VPN-Verbindung erneut einrichten, bei Bedarf das VPN-Verbindung erneut einrichten. Sie können die VPN-Verbindung erneut einrichten, bei Bedarf das VPN-Verbindung erneut einrichten.